Hallo und herzlich willkommen zum ersten Marketbriefen von Drehlingportal.net in dieser sehr spannenden Handelswoche. Der gestrige Einrichtung ist noch relativ ruhig begonnen, hatten ja auch Impulsgeber. Man wortet jetzt in den Monatsabschluss hinein, heute auf die wichtigen Impulsgeber. Morgen zum Beispiel die Notenbank FED mit ihren geldpolitischen Beschlüssen. Woher der Trigger nun kommt, welcher Trigger kommt und ob die Erholungsbewegung der vergangenen Woche als Bruchlandung endet oder ob man wieder hochschießt in Richtung Jahreshoch, genau dort notieren wir jetzt. Wir schauen uns die ganze Gemengelage jetzt nochmal im Detail an. Und ja, ohne große Umschweife geht es da mal los. Und wir beginnen ja mit dem gestrigen Heimels-Tag. Am Ende des Videos folgt dann auch noch kurz der DAX-Shortcheck. Gestriger Heimels-Tag, sehr, sehr abwortend. Fester reingekommen die US-Börsen und auch fest am Ende geschlossen, aber es hält sich im Rahmen. Der DAX war der Underperformer, minus 0,25% unterhalb seiner Widerstandszone geblieben. Auch die US-Indizes im Übrigen, obwohl sie fester reingekommen sind, 0,3% der S&P, 0,3% der Dow, 0,4% der Nasdaq hinzugewonnen. Aber am Ende doch sehr abwortend. Hier gab es mal kurz vor Schluss einen kleinen Tipp auf der Unterseite. Da hat das US-Finanzministerium die Schätzung für die Schuldenaufnahme für das kommende Quartal veröffentlicht. Höher, über den Erwartungen, also noch mehr Schuldenaufnahme als ohnehin schon. Und die ist ja zuletzt deutlich nach oben explodiert. Aber das hat man schnell wieder abgehakt, schießt durch den Monatsabstoß. Und ja, die Buybacks laufen ja auch wieder an. Lasst uns einfach mal in Ruhe warten. S&P 500, ja, ihr wisst es, wir haben ja seit letzter Woche angeschaut, die Gegenbewegung sollte kommen. Richtung 50-Tageslinien. Dort stehen wir ja unverändert, hier hängen wir fest. Im Future haben wir die 50-Tageslinie noch nicht ganz erreicht. Aber im Kassahandel waren wir gestern dran. Der Bereich für 5.120. Dort notieren wir, ich hatte euch diese Grafik immer wieder gezeigt. Die SKS-Formation hatten wir abgearbeitet. Vom März, April ins Ziel gelaufen. 100-Tage-Linie verteidigt. Hoch die Range Richtung 50-Tageslinie sollte aktiv sein. Wie gesagt, im Future haben wir es nicht ganz erreicht. Ist hier auch ziemlich an der Nackenlinie. Also auch die horizontale Unterstützung, horizontaler Widerstand. Dort notieren wir als Kombi-Marke. Ziehen wir durch. Ja, dann ist die Chance gegeben. 5.200 und darüber sogar das neue, beziehungsweise das, ja, eigentlich das Allzeithoch. Nicht nur das Jahreshoch, auch das Allzeithoch. Aber dort notieren wir und die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Breimen wir hingegen ab. Bleibt zumindest diese Range 50-Tageslinie zu 100-Tageslinien noch tief. Definitiv, auch wenn ich hier noch einen 5-Fäller eingezeichnet habe, da müsste ja schon gleich mehr Dynamik reinkommen. Kann in dieser Woche passieren. Wenn die Dynamik aufkommt, dann lebt diese definitiv auch nicht. Aber ein Abpraller an der 50-Tageslinie wäre zumindest erst mal diese Range. Und an der 100-Tage-Linie könnte man ja gegebenenfalls auch noch mal eine Art Doppelboden probieren. Momentan stehen wir noch an der Widerstandszone. Entscheidung steht an. Brechen wir durch. Ja oder nein. Vielleicht erst morgen mit den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank FED. Pressekonferenz und Beschlüsse werden hier alle wieder auf dem Kanal live übertragen. Ich starte einen Livestream. Abonniert den Kanal. Da verpasst ihr dieses wichtige Ereignis nicht. Beim Nasdaq ähnliches Bild sind wir auch hier hineingelaufen in die 17.800. Das ist die horizontale Unterstützung gewesen, die ja seit Monaten umkämpft ist. Und ja, dort laufen wieder Reihenabpraller sind ja nicht erlaubt, weil da könnte auch so eine SKS-Formation so etwas Form annehmen. Muss man nicht gleich triggern. Aber hier wird es vermutlich eher, dass man so eine Wohler-Phase hineinlauft, wo dann mehr so das Hauen und Stechen beginnt. Und man nicht durchschießt in der Selbstverständlichkeit, sondern dass es jetzt ein bisschen Volatilität ergibt. Ein bisschen hin und her gezielt. Aber wir sind momentan in der Ausbruchszone 17.800. Drei Meter dynamisch ab. Bleibt jedes bärisches Szenario aktiv. Monatsabschluss ist ebenso. Hatte ich ja schon gestern im Trading Chat mehrfach geschrieben. Auch die Grafik hier gepostet. Mal als Beispiel für Nasdaq. Nasdaq 100. Monatskerze aktuell. Wir hatten ja immer gesagt, dass der Monatsabschluss vermutlich gelingt er wieder fest. Und das Hochziehen der Monatskerze, ja, könnten die Bullen als optimistisch, als positives Zeichen sehen. Aber ist es nicht unbedingt. Die Monatskerze aktuell ist kein Hanging Man. Auch wenn die Form ähnlich ist, passt mit den Vormonatskerzen nicht. Aber man sieht es trotzdem gerne mal. Auch gerne in topischen Phasen. Hier zum Beispiel der Herbst letzten Jahres sind wir auch wieder hochgezogen. Alles gut. Wieder zum Jahreshoch. Die Konsolidierung ist beendet. Aber dann kam eben doch nochmal was nach. Das war eine schöne Bullenflacke. Aber so ein hochgezogener Monatskerze. Und das einfach nochmal so sagen. Die langen Lunden ist nicht immer ein Zeichen. Alles ist wieder gut. Das passt so in so topischen Tendenzen, passt das auch mal gerne hinein. So man das häufiger sieht. Ich hatte mich auch ständig lange Lunden und es ging trotzdem weiter nach unten. Also den positiven Monatsabschluss. Positiv scharf man nicht mehr. Also die Monatsperformance kann ich auch kurz sagen. Der DAX 2% minus. S&P minus 2,5%. DAO minus 3,5%. Und Nasdaq minus 2,6%. Also Monatsperformance holen wir nicht mehr raus. Aber wir haben die großen Monatsverluste aufgeholt. Aber wie gesagt, das muss man nicht überbewerten. Das kommt jetzt auf den nächsten Monat an. Die Frage steht hier natürlich. Hier sind nochmal die letzten Konsolidierungen bzw. Korrekturen im S&P 500 seit 2019. Die Frage ist es nur dieser 5% bis 7%-Dip, den wir haben. Es geht direkt weiter oder kommt hier doch etwas mehr nach. Sieht man ja immer wieder. So ein 5%-Dip, den muss man immer im Jahr rechnen. Im Mittel circa 3 Mal. Hatte ich hier diese Grafik schon gezeigt. Das Mittel ist 3,4 Mal. Im Jahr muss man damit rechnen, dass so ein 5%-Dip kommt. Gehört von jeder guten Familie bei den Indizes dazu. Einmal 10% und so ein halbes Mal ist dann bis 20%. Das sind dann schon die Bärenmärkte. Die kommen halt nicht jedes Jahr vor. Aber momentan haben wir einen Dip von 5% abgearbeitet. Ist es da schon im Aufwärtstrend? Oder kommt bereits der größere Dip, den man so einmal im Jahr auch erwarten muss? Der direkte Rutsch nach unten, der hier auch noch ein bisschen zu sehen ist. Das ist ein bisschen so ein Hinweis, okay, direkt haben wir das auch schautechnisch verfolgt. US-Indizes schauen wir uns schautechnisch heute zur Mittagszeit auch nochmal an. Könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Verpasst ihr das nicht? Also schautechnisch gesehen, der direkte Rutsch. Wir hatten ja wirklich die 5-7%. Je nach Index haben wir direkt mit einem Rutsch geholt. So ein Hinweis, ja, okay, Zwischenerholung und vielleicht kommt dann doch noch was nach. Und wenn es bloß für eine Bodenbildung ist, aber meistens ist so eine sehr direkte Bewegung doch der Hinweis. Da kann noch mal was nachkommen. Aber wir stehen jetzt an dieser Zone. Kurzer Blick auf Tesla. Die wurden ja ausgebombt. Also über 60% haben die abgegeben. Total negative Jahresperformance. Aber seit den Earnings geht es doch wieder ordentlich nach oben. Gestern der beste Handelstag seit drei Jahren. Die China-News hat hier beflügelt. Und seit einer Woche, also seit Montag letzter Woche, also am 5-Handelstag, hat Tesla über 40% zugelegt. Man könnte meinen, wir reden hier über irgendeinen Pennystock, der so eine extreme Schwankungsbreite hat. Aber nein, das ist schon ein Wert, der eine hohe Marktkapitalisierung hat. Und trotzdem so eine extreme Schwankungsbreite. Also hier wurden mächtig Schurzseller verprügelt. Wenn sie nicht vorher rausgegangen sind, denn vorher lief sie auch ziemlich gut. Was wir auch haben, die Earnings Season, also die Quartalsberichtssaison, läuft ja jetzt in ihren letzten starken Wochen. Danach läuft sie aus. Letzte Woche, diese Woche, da melden die meisten Unternehmen so eine kleine Vorab-Auswertung, die wir schon mal haben. Man hat das aktuelle Quartal, wie so häufig, übertroffen. Ausblick, hm, ja, ist ein bisschen das Haar in der Suppe. Passt nicht ganz zur euphorischen Grundstimmung für die Konjunktur. Aber was wir auch sehen bei der Reaktion, also die Beats, also die Schlagen der Schätzung bei Gewinn und Umsatz, also beides, die Reaktionen sind ja eher verhalten. Also unter dem historischen Mittel, man feiert es nicht groß. Ja, und dann bleibt man auch minimal fest und alles ist gut. Ja, man steht nicht im Minus, aber normalerweise hat man das durchaus etwas besser gefeiert. Und das Gegenteil, wenn man im Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, da wird man so stark abgestraft, wie seit 24 Jahren nicht mehr. Wenn man jetzt das Sonderjahr Corona mal ausklammern, wo man fast aber auf dem gleichen Niveau war. Also das feiert man erst recht nicht. Also wird man so stark abgestraft, wie zuletzt seit 24 Jahren. Ein bisschen der Hinweis, in den Kursen ist vielleicht doch einiges schon eingepreist. Wenn man liefert, mehr als erwartet liefert, kleine Reaktionen unter dem historischen Mittel, verfehlt man hingegen, wird man deutlich abverkauft. Das ist schon ein Hinweis, ja, so richtig gut konsolidiert haben die Märkte noch nicht. Da ist sehr, sehr viel positives Szenario anscheinend noch drin. Was wir auch haben und was so einem richtigen Bullenmarkt nicht dazu passt, das sind einfach die Small Caps, die Nebenwerte, die kleinen Unternehmen in den USA, die leiden durch. Also auch unter der Zinswende leiden sie und das passt einfach nicht richtig in den Bullenmarkt hinein. Der Russell 2000, also der US-Nebenwerte-Index, da steht noch 18% unter seinem Allzeithoch. Also das Allzeithoch von 2021, das klebt ja fast noch im Bärenmarkt. Und jetzt hier diese Daten, dass 43% der kleinen Unternehmen in den USA im vergangenen Monat ihre Mietzahlen nicht leisten konnten. Die höchste Verzugsquote ist das seit 2021. Ne, doch 2021 muss es gewesen sein. Ich kann es aber nochmal nachlesen, möchte ich nicht etwas Falsches hier sagen. März 2021, um ganz genau zu sein. Also das sieht man schon, die Zinswende ist vollkommen egal für die Wirtschaft, ist es eben nicht. Das ist es definitiv nicht. Die kleinen Unternehmen haben einen BIP-Anteil in den USA von knapp 40%. Das ist schon relevant. Und so richtig fahren die eben nicht. Und das sehen wir, wie gesagt, auch im Nebenwerte-Index, der sehr weit unter seinem Allzeithoch von 2021 steht. Also die kleinen Unternehmen, die haben durchaus zu kämpfen. Denn es ist nicht wirklich der breite Markt. Es sind dann eher die Big Techs, die wieder pushen, die auch ordentliche Zahlen abliefern, die auch durch hohen Cashquoten auch mit höheren Zinsen gut leben können, vielleicht sogar profitieren können. Und ja, aber die kleinen Unternehmen, die eine hohe Schuldenquote haben, die nicht wirklich. Und bei den Schulden, hier nochmal die Grafiken von die Schulden, welche kosten sie verursachen an Zinszahlung? Eine Billion US-Dollar in den USA. Ja, den nachhaltigen Weg hat man hier irgendwo verlassen. Hat man hier irgendwo komplett verlassen. Die USA geht nicht gleichbleit, um Gottes Willen. Das wird vermutlich nicht kommen. Aber es droht ja ein bisschen Herabstufen von Rating-Agenturen für die USA. Das hatte ja schon mal auch stärkere Effekte für die Märkte. Und ja, die nachhaltige Entwicklung ist das einfach nicht. Und auch deswegen bräuchte es eine Zinswende. Gestern wurde ja auch vom Finanzministerium die Schätzung für die Schuldenaufnahme im kommenden Quartal veröffentlicht, auch über den Erwartungen. Und aber die Zinswende higher for longer wird weiter verschoben. Also momentan, ja, die US-Verschuldung ist außer Rand und Band. Und das so geht es hinein ins Wahljahr. Also nachhaltig ist das nicht. Der nächste US-Präsident wird hier vielleicht mal etwas unpopuläre Politik ergreifen müssen, um hier etwas gegenzuwirken. Vor dem Wahljahr natürlich nicht. Vor dem Wahlen sind wir ja schon. Vor dem Wahlen vermutlich nicht. Aber danach müsste vielleicht etwas mit dem Sporn begonnen werden. Gestern waren die US, äh, nicht die US, die Inflationsdaten aus Deutschland waren im Fokus. Und ja, Deutschland fällt zuletzt einfach immer wieder besser, positiver auf. Also die Erwartungshalte war ja auch ganz, ganz niedrig. Da hatten wir ja die Chance, dass das Überraschungspotenzial auf der Oberseite liegt. Und genau das feiern wir momentan auch. Die Inflationsdaten 2,2 Prozent. Ja, ist jetzt nicht weiter nach unten gefallen. Aber eben ziemlich nah am Ziel mit 2,2 Prozent. Und die Kerninflation mit 3,3 Prozent auch weiter gefallen. Wir laufen in die Richtung Zielzone hinein. 2,2 Prozent. Und ja, Deutschland kann Zinssängungen mittlerweile vertragen. Also das passt durchaus. Das sind auch die Bilder, äh, die, äh, die Daten im Detail. Äh, 2,2 Prozent hier die Gesamtrate. Die Kernrate 3,0 Prozent von 3,3 Prozent im Vormonat. Also der Trend stimmt ja durchaus. Dienstleistungssektor bleibt der erhöhte Punkt. Und da hatten wir ja nun auch die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor, ja, die Druck gemacht. Dann auch in Sektor Preise. Das könnte ein bisschen, ja, da könnte auch die EZB etwas drauf schauen, ob die denn wirklich zurückkommt oder ob die sich wieder befeuert. Ja, auch die Energiepreise sind nicht mehr, da drücken nicht mehr die Inflation nach unten. Sie stabilisieren sich auch, sehen wir ja auch an der Tankstelle. Und auch die Nahrungsmittelpreise kommen wieder etwas zurück. Problem ist aber, äh, wirklich der Dienstleistungssektor, weil die frühen Dekatoren schon sagen, hm, da könnte sich die Inflation etwas wieder nach oben bewegen. Hier ist, die drücken durchaus noch ordentlich. Also mit 2,2 Prozent haben wir vermutlich erstmal das Tief gesehen. Für die EZB war das reichen. Heute kommen die Inflationsdaten für die Eurozone. Für die EZB ist das vollkommen vermutlich in Ordnung. Und die wollen nicht die 2,0 Prozent. Hauptsache wir pendeln jetzt im 2-Prozent-Bereich herum. Also vermutlich kommen wir hier etwas hoch. Könnte dafür auch sorgen, dass die EZB im Juni senkt. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Die werden sie senken. Aber danach vielleicht erstmal wieder auf Halt gehen und mal gucken, wie das mit der Dienstleistungssektor-Inflation so wird. Also die Erwartungshaltung ist ganz klar, Juni wird gesenkt. Schauen wir mal kurz, der Monatsabstuhl steht heute an. Wie bereits gesagt, ähm, Sellenme. Willkommen im Mai, Sellenme. Es geht los. A, das Sellenme stimmt mit Mai nicht wirklich. Der Mai ist meistens noch stabil. Es ist dann die Phase, eigentlich die Spanne bis Oktober. Das ist die schwächste Phase des Jahres. Aber wir sind im Wahljahr. Und dann gehen wir genau in die heiße Wahlkampfzeit hinein. Im Wahljahr ist die Phase von Mai bis Oktober gerne fester geprägt. Eigentlich der Sommer. Danach kommt wieder die schwächste Tendenz hinein. Aber vor allem die Sommermonate Richtung Wahl, die sind eigentlich fester geprägt. Also Sonderfaktor Wahljahr gerne fester. Der Mai dafür gerne etwas schwächer, volatiler. Passt vielleicht durchaus ins Bild. Ja, also das ist ein bisschen Sellenme, weil das gestern auch im Trading Chat schon etwas gesprochen wurde. Ja, es ist richtig. Sellenme gibt es. Phase bis Oktober. Mai eigentlich ausgeklammert. Aber im Wahljahr, US-Wahljahr, wo wir uns in diesem Jahr befinden, sind die Sommermonate gerne fester. Mal sehen. Also Saisonalität aber in diesem Jahr nicht sonderlich gut gegriffen. Hat im letzten Jahr besser gepasst. Wir haben noch ein paar Earnings, die hineinkommen. Durchaus große Zahlen heute dabei. Poste ich da noch alles. Mal gucken, was da noch so reinkommt. Poste ich da natürlich alles wieder im Trading Chat. Nachbürste ich natürlich interessant. Natürlich ist auch Microsoft, Coca-Cola interessant. Nicht Microsoft. Microsoft, McDonalds, Microsoft letzte Woche dran. McDonalds und Coca-Cola interessant. Aber nachbürstlich Amazon, AMD. Amazon kommt mit der Schlussglocke. AMD 15 Minuten später. Amazon könnte, ähnlich wie Google, Alphabet eine Dividende mit verkünden. Um ein bisschen Kurspflege auch zu treiben. Könnte dann pushen. Mal gucken. Also Amazon, AMD schauen wir uns alle nachbürstlich dann natürlich gemeinsam auf tradingportal.net an. Ansonsten Termine, Monatsabschluss, gerne fester geprägt. Momentan sind wir auch schon gut positioniert für den Monatsabschluss. Vermutlich könnte es da gut sein, dass es heute noch mal ein langweiliger Tag wird. Einfach den Monatsabschluss so hinzubasteln, wo wir aktuell auch stehen. Mit der Monatskerze. Wir haben das gesehen. Wir haben Einzelhandelsumsätze aus Deutschland besser ausgefallen. Deutschland fällt zuletzt positiv auf. Das muss man ganz klar sagen. Die Konjunktur kommt aus der Talsohle heraus. Die Inflation ist an der Zielzone. Die Zinssenkungen können kommen. Ja, das würde sich die USA freuen, wenn ihr Fahrt so klar wäre. Ihr Fahrt ist sehr unklar. Undeutlich. Keiner weiß, wo es wirklich hingeht. In Deutschland ist das momentan etwas besser. Aber wir kommen natürlich auf ein ganz anderem Niveau. Wir hatten lange unsere Rezession. Mal gucken, ob wir dort im Q1 noch drin waren. Denn 10 Uhr kommen auch die BIP-Q1-Daten. Ja, es könnte das letzte Quartal. Es könnte besser ausgefallen sein, als erwartet. Und es könnte das letzte Quartal sein, wo wir ein negatives Wachstum haben. Oder vielleicht haben wir hier schon, da kommen wir vielleicht sogar schon raus, oder Stagnationen. Also wir sind Q1, Q2 sind wir auf alle Fälle wieder in die Wachstumszone hineingekommen. Q1-Daten könnten das letzte negative Quartal gewesen sein. Wir haben dann 11 Uhr die Verbraucherpreise aus der Eurozone natürlich relevant für die EZB. Ob hier vielleicht schon wieder eine Verfestigung stattfindet. Die im Juni wird man senken. Aber wenn die Verbraucherpreise jetzt schon andeuten, da kommt doch wieder Druck aus dem Dienstleistungssektor. Wenn dort der erste Hinweis kommt, dass dort sich die Inflation wieder so ein bisschen entwickeln könnte, dann wäre es vielleicht der Hinweis, im Juni sehen wir die Senkung, aber danach erst mal wieder Pause und beobachten. Eurozone BIP-Q1-Daten werden ebenso gemeldet. Und wie gesagt, nachbürstig die wichtigen Earnings. Ganz kurz noch hinein in den DAX. Hier im Wochenschort. Wir stehen an der wichtigen Zone, 18.200, mehrfach gesagt. Gestern erst mal abgeprallt. Heute könnte man vielleicht wieder angreifen. Dann wieder bleiben wir jetzt hier volatil. Oder man hat hier die Chance, wenn Dynamik aufkommt. Ohne Wall Street würde es aber nicht gehen. Also die Wall Street müsste auch ihre Widerstände überspringen. Der DAX würde das nicht komplett alleine machen. Ich habe hier noch, wie gesagt, die Chance, dass man so einen Fünffäller hier bastelt. Die lebt noch. Hier hat man die Bewegung seit Herbst letzten Jahres. Dann hat man Anfang des Jahres so eine kleine, sehr kurze Bullenflacke. Und es ging danach weiter nach oben. Und diese jetzige Bewegung, die war dynamischer, aber noch vollkommen im Rahmen. Man kann hier angreifen und durchaus noch Richtung Allzeit hochlaufen. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Das ist die Ausgangslage beim DAX. Die Bären brauchen hier Abwärtsdunamen. Die sagen, nein, das ist bloß der 3-Wäller. Hier kommt richtig was nach. Aber dafür muss jetzt was kommen. Stabilisieren wir uns oberhalb der 18-2. Dann öffnet sich schon die Tür wieder Richtung Allzeit hoch. Dort stehen wir aktuell beim DAX. Hier nochmal kurz in den Kassahandel auch hinein. Ja, ist es der 3-Wäller oder ist es der 5-Wäller? 4-5. Ja, gestern, wie gesagt, Problem an der 18-2. Erstmal nicht drüber gekommen. Kommen wir rüber. Ja, dann 18.330, 18.400 nächste Zone. Und dann vermutlich eine Woche später können wir auch die 18-5 wieder anlaufen. Wichtig wäre wirklich die Stabilisierung oberhalb der 18-2. Momentan stehen wir unterhalb. Ja, dann wäre unterhalb nochmal eine Bewegung Richtung 18.040 im Einzuplan. Von dort können wir nochmal direkt angreifen. Brechen wir dort durch, öffnen sich doch wieder die Tür Richtung 17.900. Und darunter, ja, dann haben wir auf alle Fälle wieder die Jahrestiefs vor Augen. Und ja, das ist 17.750 und darunter die 17.600. Aber warten wir erstmal ab, wie wir uns jetzt hier verhalten. Dort stehen wir zumindest. Jetzt sehen wir hier im Tagesshort auch nochmal. Ja, gestern eben, wie gesagt, an der 18.2. Durchaus abgedreht. Keine schöne Tageskerze stehen gelassen. Die Möglichkeit, dass wir heute doch nochmal Richtung 18.040 laufen, Richtung mittleres Woninger Band, Wochenpivot, Punkt, verläuft hier. Quasi diese Anstiegsbewegung kurz konsolidieren und dann nochmal direkt nach oben ziehen. Diese Möglichkeit muss eingeplant werden nach dieser gestrigen Tageskerze. Auch wenn die Daten, Einzelhandelsdaten, die heute reingekommen sind, sehen ja nicht verkehrt aus. Könnten auch erstmal stützen. Aber so ein kleiner Rücklauf im Bereich 18.040 steht etwas im Raum. Die erste relevante Zone ist die 18.120. Momentan durften wir oberhalb reinkommen. Alles oberhalb. Wir erhalten die Range 18.160 und darüber wäre nochmal die 18.210 zu nennen. Und kommen wir dort rüber. Ja, dann haben wir hier über die 240, den Bereich der 290. Darüber die nächstgrößere Widerstandszone 18.320, 340. Ja, dafür müssten wir hier erstmal rüberkommen. Vortageskerze erstmal nicht so stark. Bietet ein bisschen den Rücklauf an. Unterhalb der 120, wie gesagt, da geht es über die 18.080 zu 18.040. Dort, falls wir dort heute hinlaufen, Chance, dass wir doch nochmal stabilisieren. Und vielleicht dann nochmal den Haken auf der Oberseite wagen. Unterhalb geht es ja 18.940, 930 als nächste Supportzone. Darunter, wie gesagt, öffnet sich dann die Tür wieder Richtung den Tiefs der vergangenen Woche. Also hier kleben wir etwas fest. Gestern zumindest keine ganz zuversichtliche Tageskerze. Deutet sich an, dass man nochmal Rücklauf kommt. Hier nochmal im Stundenschort zu sehen, da hatten wir ja eigentlich auch diese ISKS-Formation. Schulterkopf-Schulter-Formation. Ja, wenn wir hier durchbrechen, mittlerweile die Verbindungslinie heute bei 2.40. Dort dynamisch durch. Ist das schon eine Einladung Richtung Allzeithoch. Allzeithoch momentan gestern abgeprallt. Ja, vielleicht brauchen wir wirklich nochmal den Weg runter. Dass wir hier diesen so einen kleinen Haken runterschlagen. Vielleicht heute erstmal fester reinkommen nochmal. Aufgrund der Daten vom Einzelhandel. Der wieder besser ausgegangen ist. Vielleicht so eine ABC nach unten. Dann die Bewegung Richtung 18.040. So ein Dreivälderhut. Dann nochmal die Attacke wagen Richtung 18.210, 240. Und da drüber, wie gesagt, hält man die Aufheilung. Das steht ein bisschen in den Raum, da so eine Haken Richtung 18.040 schlagen. Was nicht passieren darf, dass wir jetzt die Abwärtsdynamik kriegen. Abwärtsdynamik unter die 18.000. Dann wird man wirklich diese ISKS-Formation zerstören. Zerstören wir sie. Dann muss man davon ausgehen, dass hier deutlich mehr nachkommt. Also hier sind wir momentan ein bisschen... Mal gucken, wie man sich ja verhält. Und diese Bewegung war mir auch schon zu stark, dass man jetzt hier sagt, hier bastle ich mir direkt ein Short-Set-up. Es wäre ein bisschen hier aufgegangen, aber ordentliches Chancen-Risiko-Verhältnis wollen wir ja auch reinbasteln. Also hier ist alles ein bisschen auf Abwarten. Und das haben wir gestern auch gesehen, am gestrigen Handelstag. Diese abwortende Stimmung war ja auch an der Wall Street zu greifen, die an wichtigen Zonen steht, an wichtigen Widerstandszonen. Make-or-Break-Zonen hoch zum Jahreshoch oder runter. Und sogar neue Abwärtsdynamik auf neue Jahrestiefs möglich. Dort notieren wir in dieser spannenden Handelswoche heute wichtige Earnings. Morgen die FED. Hier kommt einiges auf uns zu. Zur Mittagszeit schauen wir uns dann noch die US-Indizierungen, ob sich dort was getan hat, wo die wichtigen Marken liegen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Start in diesen Handelstag. Wir sehen uns im Trading-Chat auf tradingportal.net. Bleibt ihr immer informiert von früh bis abends. Technische Analyse, auch meine Setups poste ich dort zuerst. Und natürlich Research und ein aktuelles Marktgeschehen. Für wenige Cent am Tag. Erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt gut hinein in den Dienstag. Bis bald. Macht's gut und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und such. – Hier eine gute Zeit.